Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, Sie zu sehen. Herzlich willkommen zu Einblicke Menschen mit Geschichte und Geschichten. Corona wirbelt uns zwar alle ein wenig durcheinander, umso schöner, dass wir uns heute noch einmal sehen können. Sie erinnern sich, dass wir am 5. März 2020 die Veranstaltung mit unserem heutigen Gast eigentlich schon durchführen wollten und drei Tage vorher passen mussten. Fast ein Déjà-vu. Jetzt hat man das Gefühl, dass es vielleicht die letzte oder eine der letzten schon sein könnte in diesem Jahr. Aber wir lassen uns das heute Abend nicht nehmen. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Ui, ganz besonders freue ich mich ein Landrat in den Einblicken. Das ist ja mal was ganz Neues. Herzlich willkommen, Andreas Gruppert. Und ich freue mich auch über unsere Bundestagsabgeordneten, die heute auch hier sind. Ich sehe Patrick Schnieder. Ich sehe den Vorstand der Kreisparkasse. Viele liebe Menschen, die uns helfen, Kultur auf die Beine zu stellen. Die Stiftung ist da. Die Bürgermeister sind da. Und nochmal Stiftung und so weiter. Ich will sie alle gar nicht namentlich nennen. Schön, dass wir alle zusammen sind. Ich kann verstehen, dass Sie da sind. Das liegt an unserem heutigen Gast. Ein Mann, der vieles auf die Bühne gebracht hat. Der bei uns als Schauspieler par excellence gilt. Der im Fernsehen agierte. Der im klassischen Theater agierte. Was viele vielleicht gar nicht wissen. Der große Kinofilme mitbestritt. Bis nach Hollywood auch mit engagiert war, um in großen Produktionen mitzuspielen. Und der in den drei erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen aller Zeiten mitspielte. Das darf man mal an der Stelle betonen. Preise noch und nöcher. Sie können verstehen, es könnte ein interessantes Gespräch werden. Einblicke in das Leben unseres Gastes. Herzlich willkommen, Sky Dumont. Ich hatte schon große Sorge, weil ich keine Treppe gesehen habe. So fit, wie Sie sind, wäre das hier für Sie kein Problem geworden. Sie haben eigentlich alles gesagt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Damit wären unsere Leute, glaube ich, nicht zufrieden. Nehmen Sie Platz. Meine Güte, so viele Leute, ich mache ja sehr viele Lesungen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schon gar nicht in der Kirche. Ja, das nehmen wir als Kompliment für unsere Region. Die Zeiten sind nicht einfach, aber dass wir so schön besucht sind, trotz allem, das finde ich auch ein besonderes Kompliment für Sie, Herr Dumont. Wir haben jetzt lange genug um Sie gerungen und jetzt haben wir das heute Abend auf die Beine gestellt. Und darüber sind wir natürlich sehr froh. Ich habe eben gesagt, Corona ist immer noch da. Hatten Sie damit gerechnet, dass wir auch heute Abend tatsächlich noch oder jetzt im Winter noch mit Corona zu tun hätten? Ja, gerechnet habe ich schon damit. Ich habe nicht gerechnet, dass wir heute Abend hier sitzen. Als ich heute Morgen losgefahren bin, habe ich mir gedacht, vielleicht hätte ich ein bisschen warten sollen, wenn er nochmal anruft und sagt. Weil ich war in Dresden am Samstag, hatte eine Lesung und da haben die den Christkindlmarkt aufgebaut. Und dann kam die Durchsage, dass alles vorbei ist am Sonntag. Na, Dresden. Machen Sie irgendjemandem einen Vorwurf, dass wir nicht besser mit Corona umgehen? Nee, gar nicht. Der Politik? Ich glaube, naja, finde ich schon. Es ist alles immer ein bisschen zu spät. Aber ich glaube, es ist überall immer zu spät, weil man natürlich mit so einer Pandemie nicht gerechnet hat und die meisten so eine Pandemie noch nicht erlebt haben. Die spanische Grippe, die sind schon alle tot. Also ich meine, die das erlebt haben. Das ist schon schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also haben Sie da schon ein wenig Mitgefühl? Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, eigentlich werden unsere Politiker doch dafür bezahlt, sowas von uns auch ein Stück weit fernzuhalten. Und es ist ja nichts Neues. Wir haben es ja schon fast zwei Jahre. Können Sie damit was anfangen? Naja, also wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass wir die Impfung bekommen haben. Also ich habe bereits meine dritte. Und in Israel jetzt die fünfte Welle anrollt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, weil man herausgefunden hat, dass eben die Impfungen nur sechs Monate halten. Das heißt, dass selbst die Geimpften, die nicht Geimpften, und jetzt kommen wir aufs Thema, wieder anstecken können. Kann man nur sagen, es sind halt diejenigen, die nicht geimpft sind, die die Gefahr in sich bergen, nicht nur zu sterben, sondern die Viren weiterzugeben. Aber wir hoffen, dass wir doch noch einen besseren Umgang damit jetzt bekommen, über den Winter, vielleicht doch dann erst im Frühjahr. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, das Schlimme ist, dass, glaube ich, niemand weiß, was jetzt gerade aktuell ist. Man weiß nicht, zwei plus, drei, das ist ein Durcheinander ohne Ende. Das war meine Sorge, das haben Sie auch mitbekommen, in dem kleinen Schriftverkehr, den wir hatten, dass ich schon die Antennen ausgefahren hatte. Natürlich. Hoffentlich klappt es. Aber ich möchte jetzt, Einblicke bei uns heißt, ein wenig mitgenommen werden, Herr Dumont, in das, was Sie ein Leben lang umgetrieben hat und immer noch umtreibt. Und ein bisschen was davon auch erfahren, wie es eben dazu gekommen ist. Viele wissen gar nicht, dass Sie eigentlich gar kein Schauspieler werden sollten. Nein, bis zum heutigen Tage nicht. Ich bin nicht so gerne in der Öffentlichkeit, um es ganz ehrlich zu sagen. Ich lebte in London, meine Mutter ist Engländerin und ich hatte dort eine Arbeitsgenehmigung, damals war es ja noch nicht EU. Und ging zum Skifahren und kam zurück mit dreckigen Jeans, die sind übrigens sauber. Und hatte, glaube ich, fünf Pfund in der Tasche und nur dreckige Unterhosen in meinem Gepäck. Und der schaute sich meinen Pass an und da war die Arbeitsgenehmigung. Und er sagte, werden Sie wieder in die gleiche Arbeit zurückgehen? Und ich trottel sagte, weiß ich nicht. Und das ist ja so, dass wenn Sie heute nach Amerika fahren und die fragen Sie, ob Sie Urlaub machen oder dort arbeiten wollen. Und Sie sagen ja, ich möchte dort einen Job suchen. Schicken Sie sich sofort zurück und sowas in England. Der sagte dann, dann streiche ich Ihre Arbeitsgenehmigung durch und Sie fahren wieder nach Hause. Ich sage, nach Hause ist hier, mein Auto steht im Park, im K-Park. Auf jeden Fall, Sie schickten mich zurück und da saß ich mit fünf Pfund in der Tasche. Und mein Auto stand da in der Garage und ich hatte eine kleine Wohnung in London, das war alles. Ich kam nicht mehr rein. Und dann habe ich mich mit Jobs über Wasser gehalten, habe als Gärtner gearbeitet. Ich habe einen braunen Daumen, können Sie sich vorstellen, wie das war. Dann habe ich in einem Restaurant gearbeitet und habe Teller gewaschen. War sehr unangenehm, weil jeder Kellner, der an mir vorbeiging, hat mich in den Hintern gekniffen. Und habe Kompasserie gemacht. Kompasserie? Ja, Kompasserie gemacht und habe nebenbei Schauspielunterricht bekommen von einer Schauspiellehrerin, die mir das umsonst versucht hat beizubringen. Frau Hanschke oder Frau Henschke? Richtig, wow, sind Sie gut. Ja, Frau Hanschke, eine ältere Dame, die in einem Zimmer wohnte, früher im Staatsdehrer war. Lange Rede, kurzer Sinn, die bewarb sich dann immer für mich. Als Beispiel, die kam zu mir zum Kaffeetrinken, ich hatte ein bübliertes Zimmer und das Telefon läutete und ich ging ran und eine Frauenstimme sagte, guten Tag, hier ist die Intendanz des Staatstheaters Berlin. Der Intendant möchte Sie gerne sprechen. Und ich fiel also fast in Ohnmacht. Und dann kam der Intendant und hat gesagt, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren reizenden Brief bedanken, den ich gar nicht geschrieben hatte. Kommen Sie doch nach Berlin und sprechen Sie vor. Und so ging meine Karriere los. Und dann war ich am Staatstheater in Berlin und dann ging es weiter. Das bedeutet, Sie haben diesen Beruf, wenn ich das so salopp sagen darf, gelernt. Ich habe ihn gelernt, ja. Das ist ja nicht immer, meine ich, der Fall. Nein, nein, selten. Also ich habe sogar eine staatliche, es gibt eine staatliche Genossenschaftsprüfung. Ja, das ist aber auch nicht unbedingt ein Maßstab in unserem Land dafür, dass Sie dann auch der bekannteste aller Zeiten werden, sondern man hat das Gefühl, dass auch Menschen, die durchaus diese Ausbildung nicht haben, doch es mindestens genauso weit bringen können. Oder sehe ich das falsch? Nein, das sehen Sie genau richtig. Ja, also ich meine, dass es auch durchaus, vor allem in Ihrer Branche, Menschen gibt, die keinerlei Ausbildung haben und trotzdem es deutlich weiterbringen als jemand, der diese Ochsen-Tour ging. Naja, es kommt noch darauf an, ob man diesen Beruf ausübt als Schauspieler oder als Kleiderhaken. In vielen dieser Sitcoms, wie wir das nennen, das sind ja teilweise gar keine Schauspieler. Viele sind es natürlich, aber viele sind es nicht, die den Beruf jetzt nicht unbedingt gelernt haben, aber sehr gut sich selber spielen. Und das geht auch, das ist durchaus möglich. Die Frage ist natürlich, wenn man sagen würde, wir machen jetzt einen Kleist mit Reim, dann wäre es halt aus. Ja, ich weiß, Sie meinen auch eine entsprechende Ausbildung, auch Sprachausbildung gehört mit dazu. In vielen Details die Ausbildung, da fehlt es. Das würde im Rückschluss für mich bedeuten, dass Sie sagen, das Höchste, was ich als Schauspieler meine, erarbeiten zu können, ist das klassische Theater. Würde ich sagen, ja. Also es ist natürlich jetzt nicht mehr so, weil leider, das Theater stirbt so still vor sich hin. Es ist so ein ganz bestimmtes Publikum, das noch ins Theater geht, leider, finde ich. Weil ich weiß, dass ich mit 14 oder 15 das erste Mal im Theater war in St. Gallen und habe mir Egmont angeschaut und war hingerissen. Ja, aber natürlich lernt man dort gewisse Dinge, die wichtig sind, weil unsere Schauspielschulen sind jetzt inzwischen sehr viel besser, früher nicht. Und man sagt ja, es gibt ja diese berühmte amerikanische Schule Spielberg. Nee, wie heißt er? Fällt mir jetzt nicht ein. Also bekannterweise waren da 200 Leute, aber 5000 sagen, sie waren da. Aber ich meine, es hat ja alles seine wirkliche Berechtigung. Wenn einer gut ist in der Rolle, die er spielt, dann ist das okay. Ja, aber das ist, ich sage mal, wenn Sie rückblickend auf Ihre Karriere schauen, wo Sie ja selbst noch im Beruf stehen, ist das das, wo Sie sagen, das war für mich das Höchste an Kunst, was ich gemacht habe in meinem Leben? Ich glaube, ich muss es anders beantworten. Also ich habe sehr, sehr gerne Theater gespielt. Ich war ja am Schiller Theater in Berlin, das Staatstheater, und am Staatstheater in München. Das mochte ich sehr gerne, weil Sie, wenn ich das erklären darf, Sie bekommen eine Rolle angeboten und Sie studieren, was ist das für ein Mensch? Woher kommt er, was macht er, was will er? Und Sie spielen dieses Stück durch. Also die ganze Entwicklung nehmen Sie mit. Und das ist das Faszinierende an dem Beruf, die Proben, sechs Wochen Proben. Jetzt fing ich an, Filme zu machen und Fernsehen. Und dann plötzlich lernte man eine Rolle und studierte diesen Menschen, die man dann spielen soll. und dann dreht man plötzlich, ja, wir fangen jetzt an mit der Szene 25, das ist also mitten im Buch. Und dann denken Sie sich, okay, keine Entwicklung. Kein Zusammenhang. Also gehen Sie vor die Kamera und spielen das und denken sich, es lief ganz gut. Dann sagt der Kameramann, ah, das Mikro war im Bild, wir müssen es nochmal machen. Und dann drehen Sie es nochmal und denken sich, es ging auch ganz gut, habe ich jetzt vergessen, das und das zu machen. Dann sagt die Maske, ja, ich muss Ihrer Partnerin noch diese Locke machen, die Nase glänzt. Und so machen Sie es sieben, acht Mal. Und das ist für mich nicht mehr der Höhepunkt meines Berufes, um es mal so auszudrücken. Gut zu verstehen. Da ist auch eine gewisse Ermüdung dann in diesem Prozess, etwas wirklich neu und direkt darstellen zu wollen. Künstlich ist das falsche Wort, aber man wird so ein bisschen roboterartig. Ja, ich verstehe das. Das kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist ja das Schauspiel am Theater ist doch anstrengender, als wenn Sie einen Film drehen oder nicht. Im Gesamten, weil Sie es ja jeden Abend gleich machen müssen. Naja, es ist die Frage natürlich, ob Warten nicht genauso anstrengend ist. Ja, das kommt drauf an, wie man es sieht. Aber ist nicht auch da, wenn Sie etwas hundertmal jeden Abend spielen, tritt da nicht der gleiche Ermüdungsprozess ein? Naja, im Staatsjahr spielen Sie ja nicht hundertmal. Da spielen Sie am Montag Männer von Bahnhelm, am Dienstag irgendein moderne Stück, am Donnerstag irgendwas anderes. Da gibt es ja diese berühmte Geschichte von dem Schauspieler, der ins Kino geht, das ist mir nämlich passiert. Und dann denkt man sich, hoffentlich spiele ich heute Abend nicht. Dann geht man schnell raus und früher hatte man ja keine Handys und schaut, nein, ich habe heute Abend frei. Und der eine Schauspieler, der war in Berlin und hatte vergessen, dass er Vorstellungen hat. Und den haben sie geholt und haben ihm das Kostüm angezogen, haben wir auf die Bühne geschoben. Und die Soufflöse sagte, sein oder nicht sein, sagte, keine Details, welches Stück. Weil man natürlich so viele verschiedene Stücke spielt. Das ist anstrengend. Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn Sie auf der Bühne stehen und etwas spielen und es ist mausestill. Und die Leute hören zu und, ah, das ist ganz toll. Das sind die Momente, wo ich, naja, gut, die haben ja auch ein bisschen schläfrig, nein. Stille, Stille und sie hören zu. Ich freue mich so total, dass so viele Leute da sind, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ach, ich gehe nachher und schüttle Ihnen allen die Hand. Kommen Sie einfach wieder. Die Damen küssen sich allerdings. Also das finde ich toll, das ist ein Vergnügen. Und viele Menschen, wenn Sie hören Sky Dumont, die sagen, wann hat er sich den Künstlernamen zugelegt? Das war so, dass meine, ich komme ja aus dem Verlag, dem Dumont-Schauberg-Verlag, vielleicht kennen Sie den. Wir heißen ja Neven Dumont, das ist der Nachname. In der Schule glauben Sie, bei mir in Hamburg, dass meine Kinder alle mit dem Vornamen Neven heißen. Also meine Tochter und mein Sohn. Nein, der Nachname ist Neven Dumont und das ist der Verlag. Und der wurde zugemacht von den Nazis. Und meine Eltern sind geflohen nach Argentinien. Und als meine Mutter dann in Argentinien schwanger wurde, ich bin 1947 geboren und das mich gebar, haben sie sich überlegt, wir nennen ihn Kai. Das wollten sie. Aber das durfte man nicht. In Argentinien musste man damals lateinische Namen geben. Dann haben sie sich überlegt, dann nennen wir ihn Cayetano, weil das kann man abkürzen auf Kai. Und als meine Mutter mich nach Hause brachte, der war damals fünf, mein Bruder, der guckte hoch und sah dieses Baby und sagte, wir sprechen nach wie vor Englisch zu Hause, who's that, wer ist das? Und meine Mutter sagte, this is Kai. Und er verstand Sky. Und als ich dann in Deutschland anfing, 1969, und mich Sky Dumont nannte, haben alle gedacht, der heißt wahrscheinlich Adolf Scheißenteich und nennt sich Sky Dumont. Das war sehr schwer, der Anfang. Hammer. Der war sehr schwer, der Anfang. Inzwischen hat es sich etabliert. Ist der Hammer. Aber ich habe auch darüber nachgedacht. Dieser Name, das wirkt schon sehr, als hätten sie sich den selber gegeben irgendwann später. Nein. Bewusst. Scheiße, nicht Adolf. Als ich dann die Werbung gesehen habe für Sky, da habe ich mich fast weggeschmissen. Da habe ich gedacht, schau mal, es gibt doch da noch Kombinationen und Kontakte und Berührungen, die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Werbung für Sky mit dem eigenen Namen. Was ist naheliegender? Ich habe leider nichts damit zu tun. Ja, also Sie sind in Argentinien geboren. Vater, einen Vater haben Sie so richtig gar keinen gehabt? Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Meine Mutter hat sich scheiden lassen, da war ich vier. Und dann sind wir nach Deutschland gegangen. Das war es. Dann kam er, glaube ich, zweimal rüber, kurz. Und hat gestört? Völlig. Ja? Ja, er hat sich nie gekümmert. Mein Gott, was erwartet man dann von seinen Kindern, wenn man sich nicht kümmert? Haben Sie Blick auf einen eigenen Vater im Lauf Ihres Lebens, hat er sich verändert? Der Rückblick auf einen Vater. Oder, ich meine, als junger Mensch kann es ja sein, dass man nicht direkt fühlt, dass einem etwas fehlt, weil man eine Mutter hat, die das kompensieren kann. Nein, Sie dürfen nicht vergessen, ich kannte ihn ja gar nicht. Er war für mich ein Fremder. Ich meine, ich kenne Sie jetzt bereits besser als ihn. Insofern habe ich da nie drüber nachgedacht. Das hat mir nicht gefehlt. Auch nicht später? Nein, nein, nie. Nein, nie. Niemals. Nein. Es hat vielleicht eins bewirkt, dass ich natürlich mich sehr viel intensiver um meine Kinder kümmere. Das hat es natürlich schon gebracht. Aber das lag natürlich auch daran, dass ich, das war vielleicht auch die Zeit damals und England und so weiter, ich war natürlich, glaube ich, mit sieben oder acht bereits im Landschulheim und im Internat und so weiter. Ich war fast nie zu Hause. Insofern, glaube ich, fehlte mir etwas und deswegen genieße ich meine Kinder sehr. Ja, also hat es doch... Und meine vier geschiedenen Frauen. Das muss man sich ja mal leisten können. Ja, wir kommen darauf noch zurück. Nein. War nicht ernst gemeint. Auf diese herrliche finanzielle Verbindung kommen wir zurück. Ja, also wir haben jetzt einen Einblick erhalten, wie das bei Ihnen dann so losging. Sie haben gesagt, Sie waren im Internat in der Schweiz. Das muss ja auch jemand bezahlt haben. Meine Großmutter hier. Ah, so betucht oder war das schon die Verbindung zu... Meine Großmutter war betucht und es ist schon ganz erstaunlich, wie meine Großmutter und meine Mutter es geschafft haben, es alles aufzureiben. Das muss man schon schaffen. Was meinen Sie mit aufzureiben? Da ist nichts mehr übrig. Ach so. Ja, gut. Das ist, manchmal geht es schneller, als man denkt. Und dann haben Sie Abitur gemacht und ich habe Sie eben richtig verstanden. Danach muss es ja einen Zwischenraum gegeben haben, bis zu diesem Studium als Schauspieler, in dem Sie vieles gemacht haben, aber noch nicht so richtig angedockt sind. Ich war in der Schweiz in der Schule mit der Naht und habe dort meine Matura gemacht, habe dann zwei Semester studiert. Sehen Sie das, meine ich. Das einzige Fach, was frei war, nämlich Darstellen der Geometrie. Ich habe heute noch keine Ahnung, was das ist. Und dann bin ich zu meiner Mutter nach London gegangen und hatte dort, glaube ich, die schönste Zeit meines Lebens. Das war die Zeit Beatles, Rolling Stones. Och, das war der Wahnsinn. Und da war natürlich King's Road. Das war einfach die tollste Zeit überhaupt. Das war genau das Alter, wo ich... Und ja, und dann, wie es weiterging, wissen Sie ja. Dann durfte ich nicht mal rein und dann ging meine deutsche Karriere los. Aber Sie haben doch irgendwann mal auch mit Immobilien zu tun gehabt. In London, das war in London. In London hat meine Mutter mir, weil sie sich gedacht hat, der muss irgendwas machen, der junge Mann. Und sie war befreundet mit einem Immobilienmakler und der hat mir einen Job gegeben. Und das habe ich ganz gerne gemacht, ja. War nicht... War okay. Das heißt, Sie haben Häuser und Wohnungen gemarkt? Ich durfte möblierte Wohnungen verkaufen und habe einmal Mick Jagger ein Haus verkauft. Nee. Ja. Der sprach aber kein Wort. Mick Jagger? Mick Jagger kam angefahren mit einem Bentley, verdunkelt. Ich stieg ein. Er sagte kein Wort. Dann fuhren wir an dieses Haus. Er sagte, ist das das Haus? Ich antwortete gar nicht. Ich sprang raus, rannte hoch. Zwei Stockwerke rannte runter, sprang ins Auto vorweg. Ich hatte keinen Pfennig Geld und musste zu Fuß ins Büro. Also ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich kennengelernt habe. Ja, und das ist im Prinzip dann noch eine Zeit, bevor Sie dann zur Schauspielerei kamen, diese Unterstützung hatten, der Frau Hanschke, der Sie so dankbar sind, zu Recht dankbar sind. Das würde für mich bedeuten, um Schauspieler zu werden, gibt es sicher mehrere Gründe, aber der Zufall spielt eine große Rolle. Eine große Rolle und vor allem ist es, ich kann es nur von meiner Warte aussehen. Man braucht jemanden, der einen unterstützt, der an einem glaubt, weil ich habe wirklich nie an mich geglaubt und sie glaubte an mich und deswegen hat sie, die war wie meine Mutter. Sie war eigentlich meine Mutter. Ich habe sie unbeschreiblich geliebt und sie war, als ich dann anfing in der Provinz zu spielen auch, dann kam, ich liebe Linsensuppe und sie war sehr arm und sie machte dann immer Linsensuppe und füllte es in eine Thermosflasche ein, damit es warm bleibt und kam dann immer mit dieser Linsensuppe in die Vorstellung. Und als ich dann am Schillertheater war, mit den großen Stars, Raddards und so weiter, manche kennen die noch, dann kam eines Tages der Thomas Holzmann zu mir, der meinen Vater spielte dort und sagte, es ist etwas furchtbares passiert, sage ich, was denn, Frau Hanschke ist nicht in der Vorstellung, die war jeden Abend immer in der Vorstellung und sie hatte eine ganz furchtbare Angewohnheit, immer wenn ich auftrat und ich hatte ja teilweise kleine Rollen, machte ich sie immer, ha! Sie war aufgeregt. Und ich habe gesagt, mach das bitte nie mehr, weil alle Kollegen wussten natürlich und eines Tages machte eben keiner mehr, ha! Und deswegen haben sie gesagt, es ist etwas passiert. War es so? Das war Frau Hanschke, nein, gar nichts, die war, keine Ahnung, die war, also ohne die wäre es nie gewesen, niemals. Das ist doch eine unfassbare Geschichte, wenn man überlegt, was im Leben manche Begegnungen für eine Rolle spielen können. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, ich würde gerne etwas erzählen, was mich heute sehr bewegt hat und mir die Tränen in die Augen getrieben hat und zwar, ich komme von der Hilfe, man braucht eigentlich immer jemanden, der einem hilft oder einem glaubt. Ich habe heute, weil ich ja eine lange Fahrt hatte, bin ich auf einen Parkplatz gefahren, das ist eine Raststätte, die zu ist, vielleicht kennen die einen die anderen, ist gar nicht mehr so weit und ich saß im Auto und bin so ein paar Schritte gegangen und sah, wie ein älterer Mann, er wird so 80 gewesen sein, in einem Anzug, der schon abgeschabt war, aber gut angeht, man sah, dass der Mann schon mal gute Zeiten erlebt hatte und der ging und das waren diese großen Mülltonnen, die an diesen Raststellen sind und machte immer die Deckel auf und tauchte förmlich rein, ob da Flaschen drin sind und dann war nichts drin und dann setzte er sich auf diese eine Bank und ich saß im Auto und beobachte den, der war so weit wie die erste Reihe und sah, dass er ganz fürchterlich anfing zu zittern, weil es so kalt war. Das kann nicht wahr sein, sowas. Das darf nicht wahr sein. Da sitzen hier lauter Leute in ihren Mercedes und BMWs und teuren Autos, ich ja auch. Mercedes. Nein, ist ja egal, aber Sie wissen, was ich meine. Und da sitzt dieser arme Mann, der wahrscheinlich nicht mal genügend Geld hat, um mich einen Abendessen zu kaufen. Ja, ja. Und dann habe ich natürlich, klar, ich zahle nur noch, wir alle wahrscheinlich oder viele mit meinem Telefon, nicht? Und dann hatte ich irgendwie nur sieben Euro in der Tasche und habe ihm gesagt, darf ich Ihnen was geben? Und dann sagte er, das wäre sehr nett. Und dann habe ich ihm die sieben Euro gegeben und dann sagte er, das ist sehr, sehr schön von Ihnen, Gott behüte Sie. Dann habe ich ins Auto gestiegen und habe geheult, weil ich mir gedacht habe, ich schäme mich so für meine Gesellschaft, so mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dass es solche Menschen geben muss, ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und im Zusammenhang, dass man auch sieht, dass man selbst im Leben ab und zu auch Glück gehabt hat. Natürlich. Das ist auch sehr wichtig. Es gibt ja genügend Menschen, die die Schultern so breit machen, dass sie sagen, das habe ich mit Fleiß und mit meinen eigenen Tugenden alles selbst geschaffen. Was für ein Unsinn. Ja, vielleicht gibt es das. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht mit dieser Heul-Geschichte konfrontieren, aber ich finde, wir sollten das alle wissen, was es noch für Leute gibt, denen es ganz schlecht geht. Ja, das ist so. Keine Frage. Schauspieler zu sein und diesen Weg zu gehen, bedeutet Zufälle und Glück. Das ist nachvollziehbar. Aber es braucht natürlich auch ein gewisses Handwerkszeug, gewisse Voraussetzungen. Es kann nicht jeder Schauspieler werden, davon bin ich überzeugt. Es kann nicht jeder Landrat werden oder Bürgermeister oder Pianist, sondern er braucht Zugangsdaten, die ihm ermöglichen, diesen Weg zu gehen. Was sind für Sie die wichtigsten Tugenden, die man braucht, um überhaupt eine Chance zu haben? Es gibt etwas ganz Elementares. Ich darf Ihnen das erzählen. Ich habe einen Film gemacht, Boys from Brazil, mit Gregory Peck. Ich glaube, den kennen wahrscheinlich die meisten noch. Und Lawrence Olivier. Lawrence Olivier, wahrscheinlich der größte Schauspieler des Jahrhunderts, ein englischer Theaterschauspieler, der auch Filme gemacht hat. Und ich habe mit denen gedreht und Gregory Peck, ich hatte damals sehr, sehr wenig Geld und der hat mich immer zum Abendessen eingeladen. Und wir wohnen in einem Fünf-Sterne-Hotel und da, wenn du deinen Kühlschrank auf, die Mini-Bar aufgemacht hast, dann hast du schon irgendwie Geld gekostet. Ich habe also immer draußen irgendwie ein Brot gekauft. Lange Rede, kurze Sinn. Gregory Peck, der damals ein Weltstar war, wahrscheinlich der größten Weltstars jemals, hatte eine Szene mit Lawrence Olivier. Und die wollte ich sehen. Und die durfte ich sehen. Und alle guckten nur Lawrence Olivier an, weil der einfach so gut war. Und dann kam dieser Film ins Kino und alle guckten nur noch Gregory Peck an. Und dann habe ich zum ersten Mal begriffen, was Charisma ist. Ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Ausstrahlung. Das ist schon mal die Grundessenz dieses Berufes. Es kommt jemand auf die Bühne oder kommt ins Bild und man denkt sich, hat was. Ja, muss nichts Positives sein. Ich habe ja nur noch viele böse Rollen gespielt. Das ist, glaube ich, schon mal ein Elementar für diesen Beruf. Du darfst nicht langweilig sein. Interessant sein, das heißt Ausstrahlung. Das hat auch mit dem Aussehen zu tun. Was auch eine Glückssache ist. Sie können sich das ja nicht aussuchen. Na, das stand aber im Wege. Ja, für bestimmte Rollen. Ich musste immer Barone spielen oder Grafen. Ich kam immer auf dem weißen Pferd angeritten. Ja? Also, nee, das war sehr schwierig. Also, Ihnen stand das Aussehen im Wege, das behaupte ich mal. Naja, Sie dürfen nicht vergessen, wann ich angefangen habe mit diesem Beruf. 69. Ja. Ja. Ich halte lieber besser die Klappe. Ganz ja. Da ging es, wenn du dann einigermaßen die Nase mitten im Gesicht hattest, spielst du wirklich nur das A und dann Löcher. Ja. Mit Seitenschal und so weiter. Ja. Das darf ich erzählen, weil als ich Kompasserie machte, war ein Regisseur, Fritz Umgelter, den werden die meisten nicht mehr kennen, der ist schon sehr lange tot und der sprach mich an und gesagt, bist du Schauspieler? Sag ich, ja klar. Dann sagt er, okay. Und dann rief er mich irgendwie drei Monate später an und sagte, ich habe eine Rolle für dich. Und ich sprang natürlich an die Decke. Und dann sagt er, überleg dir das. Sag ich, warum soll ich mir das überlegen? Ja, du spielst einen Bösewicht. Sag ich, ja, ist doch toll. Sag er, wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, 69 war das, dann wirst du 20 Jahre lang den Bösewicht spielen. Wie spielte 20 Jahre den Bösewicht? Ich habe 21 Dereks gemacht. Ich fing an mit der Leiche. Dann wurde ich der Auftrag der Mörder. Und dann bekam ich einen dunkelblauen Anzug und war der Auftraggeber. Und dann war ich oft der Rechtsanwalt, der den verteidigen durfte. Das war aber, ja. Ist das typisch deutsch? Das kann ich nicht beurteilen. Das gäbe es in Amerika nicht? Ja, aber Amerika hat einen großen Vorsprung. Ich finde, dass wir sehr, sehr gut aufgeholt haben. Wir machen richtig gute Filme. Wir kommen darauf zurück. Ja, ja. Mittlerweile. Es hat sich verändert. 69 war es nicht gut. Aber diese in die Schubladen stecken, das meine ich, da sind wir prädestiniert, für sowas zu tun. Ja, das stimmt. Wenn Sie einmal, das ist schwierig rauszukommen. Das bin ich nach wie vor nicht los. Ja, ja. Ja, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch gehabt. Ein sehr nettes Gespräch hatten wir beide vor der Veranstaltung hier. Und wir haben noch darüber gesprochen, wie man so wirkt im öffentlichen Raum. Und dass ich recht schnell gemerkt habe, dass Sie ein ganz anderer Typ sind, als Sie auf den ersten vermeintlichen Blick auf mich gewirkt haben. Ich hatte Sie arrogant im Visier. Ich dachte, der Mann ist arrogant. Ich setze mich gleich wieder runter. Ja, ja. Aber all diese Vorurteile, die man hat, nur weil man meint, etwas zu sehen, weil Sie wahrscheinlich diese Rollen immer gespielt haben, umso schöner ist es dann zu sehen, nee, nee, das ist das Gegenteil. Und dann auch noch Sky Dimon, oder? Ja. Also, das Auftreten spielt eine Rolle. Die Stimme, da können Sie auch, doch, man kann auch, ich habe auch das Gefühl, dass Ihre Stimme eine trainierte ist. Naja, klar, das ist ein Handwerk, klar, das ist ein Instrument. Stimme ist ein Instrument. Wir mussten jede Woche mehrmals zum Sprachunterricht, das ist auch richtig. Das haben Sie gemacht, das machen aber auch nicht alle. Also, wenn Till, den ich sehr schätze, wenn Till Schweiger aber im Film ist, muss ich immer den lauter stellen, weil ich kein Wort verstehe. Ja. Murmel, Murmel. Ja, das ist so. Das Genuscheln ist unerträglich. Ja. Ja. Naja, also Nachbarn darf man nicht haben, wenn die ein anderes Programm gucken. Ja, aber das ist mit der Stimme umgehen, ich meine, das ist das Handwerkszeug. Dann muss das doch auch eine Tugend sein, diszipliniert daran zu arbeiten, dass man diese Tools, die man haben muss, um ein guter Schauspieler zu sein, auch hinbekommt. Ja, aber das müssen Sie in jedem Beruf. Ja, das ist doch keine Frage. Jeder, der hier sitzt, hat seinen Beruf gelernt. Ich wundere mich halt. Hoffe ich. Ja, Sie haben recht, aber Sie versuchen trotzdem ein Stück auszuweichen. Sie müssen es schon trainieren und ausfeilen. Ich meine, ich komme ja auch ein bisschen aus dem Geschäft, übers Klavierspielen und so weiter. Es reicht nicht aus, dass man... Nein, natürlich müssen Sie, klar. Ich spreche sehr viel Kommentar und spreche sehr viel Podcast und so ein Zeugs. Da muss ich mich am Morgen natürlich einsprechen. Ich sage nicht, nöchle ich nur noch. Man muss halt die Leute... Klar, aber das hat jeder, der irgendwie in den Beruf steht, muss... Nein, nein, ich habe nur einen Einsatz gegeben. Ja, jetzt driftet der Timon ab, macht mal ein bisschen Musik. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sie lassen sich aber schnell ablenken. Dann sind Sie noch sensibler, als ich gedacht habe. Ich kann das spielen. Die erste geht schon? Nein. Entschuldigen Sie, Sie wissen ja immer, Witze auf Kosten anderer. Was mich zum Abschluss des ersten Teils, bevor wir dann ein bisschen Musik machen und nochmal Luft ziehen können, bevor wir in den zweiten Teil gehen, interessiert ist die Position des Regisseurs. Ich weiß, dass Sie später ein sehr berühmter kommen werden, später darauf zurück. Aber ich meine generell, ist das eine Machtposition gewesen oder immer noch, die auch ausgenutzt wird am Set? Ja. Also ja, beim Theater ist es ganz extrem. Ich darf das erzählen, ich sollte ein Shakespeare machen am Staatstheater in München und mit Ulrich Haupt. Ulrich Haupt war damals der Protagonist, das war ein Lehrer für mich, ein unfassbarer Schauspieler, den ich sehr, sehr respektiert und gemocht habe. Und wir beide saßen an dem langen Tisch bei der Leseprobe und es wurde ein englischer Regisseur engagiert. Und er sagte zu diesen ganzen Staatsschauspielern, was haben Sie für eine Qualifizierung, einen Shakespeare zu spielen? Und da mussten wir alle erzählen, was wir gelernt hatten und was wir gemacht hatten. Und als dann zum Schluss es zu Ulrich Haupt bekamen, der nun wirklich bei Grund, alle Theater, alles gespielt, darüber erzählt ist. Und er sagte, jetzt erzählen Sie uns mal, was Sie von der Qualifikation haben, dieses Stück zu inszenieren. Und darauf wurde er umbesetzt. Und ich hatte mit ihm einen Krach, weil er wollte, er sagte zu mir, kommst du zu mir in meine Suite in vierjährigen Zeiten, da können wir ein bisschen probieren. Das geht ja bei mir nun gar nicht. Und dann wurde ich auch umbesetzt. Und dann kam die Premiere und Ulrich Haupt und ich saßen in der ersten, nein, nicht in der ersten Reihe, in der 16. Reihe oder irgendwas. Und davor ging er hoch und das Stück begann und es war eine, verzeihen Sie den Ausdruck, aber es gibt nichts anderes, eine totale Scheiße. Und Ulrich Haupt sagte nur, lass uns gehen, das ist totale Scheiße. Und stand auf und ging. Ich habe mich dann geschämt und bin sitzen geblieben. Ja, aber es ist so, dann ist es ja so. Also die Macht ist ganz erstaunlich. Ja. Die können wirklich. Und wir müssen uns nichts vormachen. Ich will jetzt nicht den Namen eines ganz berühmten Regisseurs nennen, den Sie alle wissen, der wirklich seine Macht bei Frauen ausgenutzt hat. Ich weiß auch nicht, warum dieses Gerichtsverfahren immer noch nicht eröffnet wurde, weil ich weiß, was der gemacht hat mit Frauen und ich weiß, wie er die Frauen gedemütigt hat und er ist nicht der Einzige. Und gerade heute haben wir ja einen ganz bestimmten Tag, einen sehr wichtigen Tag und wie gerade Frauen in diesem Beruf teilweise behandelt werden, die sehr viel zerbrechlichere Rollen haben. Also ich rede jetzt nicht davon, dass die Frau zerbrechlich ist, aber wenn sie eine zerbrechliche Frau spielen muss, dann ist sie in diesem Moment zerbrechlich. Angreifbar. Angreifbar. Und ich habe, naja, Wedel heißt er, nicht? Ich habe da Frauen gesehen, die weinend auf dem Boden lagen, weil sie so fertig gemacht wurden. Das ist kein Geheimnis. Das ist einfach, das ist die Macht und das muss dringend geändert werden. Denn auch ein Regisseur ist nichts wert, wenn seine Schauspieler alle Kacke sind. Ja. Sie sind sehr nett. Ich bin Ihnen da sehr dankbar. Die Verbindung auch zu dem heutigen Tag. Sie haben alle vielleicht, meine Damen und Herren, gesehen, dieses Orange außen. Es soll darauf hinweisen, dass der heutige Tag eben ein Tag ist, ein internationaler Tag gegen Gewalt, gegen Frauen. Und dass wir da alle gemeinsam mal auch einen Moment dran denken, Herr Dümmer, da bin ich Ihnen sehr dankbar. Und das ist auch sehr wichtig. Und diese MeToo-Debatte, die ja auch über Harvey Weinstein und so weiter mit hineingekommen ist, das ließ mich vermuten, dass diese Machtpositionen auch im Film, nicht nur, das gibt es auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, dass die besonders dazu, wie soll ich es sagen, verführen oder wie soll man es nennen, dass so etwas geschehen kann. Ja, stellen Sie sich vor, ich meine, die Zeitung mit den vier Buchstaben, nicht? Ja. Wo der sagt, die Frauen qualifiziert hat. Ja. Entweder sie ist fuckable oder sie ist unfuckable. Wenn sie anfackelbar war, bekamen sie nie mehr einen höheren Posten. Wir schreiben 2021. Das ist unfassbar. Ja, das ist es. Das ist unfassbar. Und es wird Zeit, dass das Thema regelmäßig auch thematisiert wird. Wobei, es hat natürlich wieder, verzeihen Sie mich, ich unterbreche. Nein, nein. Es ist Amerika ja so, dass wenn eine Frau in den Lift einsteigt, gehen die Männer raus. Weil auch da viele Prozesse angestrengt werden, die halt dann nicht stimmen. Das ist ein, die haben es natürlich schon wieder so übertrieben in Amerika, dass man da als Mann dem aus dem Weg... Jede Medaille hat zwei Seiten. Ja, also ich bin nun jemand, der sagt, ich habe Ihnen das vorhin gesagt, ich finde das schön, wenn Sie eine Weste tragen. Oder wenn eine Frau schön angezogen ist, sage ich, du hast schöne Ohrringe an. Um Gottes Willen, nicht, dass jemand glaubt. Dürfen Sie aber trotzdem eigentlich fast nicht mehr so sagen in dieser Form. Sie haben ja auch keine Ohrringe mehr, Gott sei Dank. Sie sind nicht verdächtig, Herr Dumont. Da können Sie so viel reden, wie Sie wollen. Das ist klar. Sie geraten nie in den Verdacht, dass Sie einen Mann... Nein, weil die Frauen wissen, aber ich heirate sie gleich. Ja, 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 ja. Aber da bleibe ich ganz relaxed. Eben, die wollen keine Angst haben. An dieser Stelle würde ich gerne dieses amüsante und schöne Gespräch mal kurz abstoppen. Ihnen sehr herzlich danken für die ersten Einblicke. Ein bisschen Musik trägt zur weiteren Lockerheit bei. Herzlichen Dank bis hierhin. Das ist ein bisschen Musik trägt. Untertitelung. BR 2018 Das Benno-Rabe-Trio, es ist schon eine abhandengekommen, aber so ist das nun mal manchmal in Corona-Zeiten, kann es schon mal sein, ohne selbst Corona zu haben, dass man einfach einmal zu Hause bleibt und so weiter und so fort. Vielen Dank, seit jetzt elf Jahren begleitet Benno Rabe unsere Veranstaltung vom ersten Tag an und das gehört einfach dazu, lieber Benno und deine Kollegen, herzlichen, herzlichen Dank dafür. Ich würde gerne etwas tiefer auch in Ihren Beruf einsteigen. Dieser Wechsel von Ihnen oder dieses, na wie soll ich sagen, wenn Sie Theater spielen, sind Sie eine eher nicht so bekannte Person. Ist es so, dass Fernsehen und dann auch Film von heute auf morgen aus Ihnen jemand macht, der total öffentlich präsent sein kann, wenn er Glück hat und dann entsprechend auch mit allem leben muss, was das bedeutet? Naja, leben muss, also gibt es Schlimmeres. Wissen Sie, das ist ja mein Schuh, das Manitou, sehen Sie, das ist ein Lottogewinn. Wenn Sie vor 20 Jahren einen Erfolg hatten, abgesehen davon habe ich den Film dreimal abgelehnt, weil ich sollte nur ein Bösewicht sein, der im schwarzen Fennellanzug in der Wüste steht und drei Komikern, die seit Jahren miteinander arbeiten, die Bälle zuwirft. Da habe ich gesagt, nee, oh nee. Ja, aber was monstens, sage ich, wenn ich einen Bösewicht spielen kann, der ein bisschen doof ist und lustig ist, dann mache ich das. Monstens, es geht. Es ging. Aber wenn Sie vor 20 Jahren einen Erfolg hatten, kennen Sie keine Sau mehr. Entschuldigen Sie. Aber dieser Film wird jedes Jahr zweimal wiederholt. Hammer. Das heißt, die Achtjährigen kennen mich und die Achtzigjährigen kennen mich. Und das ist ein Lottogewinn, das ist nicht mein Verdienst. Das ist einfach, weil der Film einfach so abgefahren ist. Leute, geht nochmal alle auf Toilette, dann reiten wir weiter. Irgendwie sowas. Ich könnte übrigens, davon könnte ich leben. Ich könnte von dem Tanz leben, weil ich immer wieder von Firmen die Anfrage bekomme, ob ich da mal in der Weihnachtsfeier den Tanz hinlege. Shoot is money to, ist einer dieser drei Granatenfilme, die unglaublich erfolgreich waren. Otto, der Film, einer? Der zweite? Das war der erste. Der erste. Und der dritte war Traumschiff Surprise. Ja. Auch zum Niederknien. Aber das sind dann Filme, wie ist das nach innen, nach außen, sind das Riesenerfolge. Man vergisst sie nie. Man wird immer sagen, der hat das gespielt, wisst ihr noch, und man lacht sich tot. Aber nach innen in die Branche, sind diese Filme so anerkannt? Ja. Absolut. Ja? Ja, ja. Weil, wissen Sie, wenn Sie zu einem Fernsehdirektor heute noch wahrscheinlich gingen und sagen, ja, wir möchten gerne einen Cowboy-Film machen auf Bayerisch, dann wird jeder Fernsehdirektor sagen, lassen wir es. Das ist undenkbar. Und er hatte einfach Glück. Bulli Herbig. Eichinger lebte noch. Der hat gesagt, okay, wir machen den Verleih. Da waren viele Glücksdinge. Und wir fuhren dann nach Spanien in die Wüste. Und es regnete vier Tage. Und Bulli saß da und er hat ihn ja finanziert. Und Bulli starb. Er saß immer nur da und guckte depressiv auf sein Wasserglas. Das war das Geld, die mit sich die Hände kleben und nichts passierte. Ja, klar. Aber das ist einfach wie ein Lottogewinn. Das ist so ein, ich meine, ein Cowboy-Film auf Bayerisch. Hammer. Das ist schon A, sehr mutig und B, einfach Glück. Großes Glück. Und dieser Bulli Herbig ist doch auch ein großartiger, ein Könner. Und ein wunderbarer Mensch. Ein wunderbarer Mensch. Ein ganz toller, toller Kerl. Weil es auch bis ins Detail wirklich ist, also der Film hat kaum, wie soll ich sagen, keine Längen, sondern das ist so geschickt und so gut zusammengestellt. Darf ich dir mal vorspielen? Bitte? Bulli ist, man dreht eine Szene, man probiert die und dann dreht man sie. Und dann schaut Bulli zu und dann gucken alle den Regisseur und dann macht er so. Machen wir nochmal. Da habe ich ihn mal nachgemacht. Hat er gesagt, echt, bin ich das? Ja, das bist du. Bulli ist ein toller Mensch. Ja, das ist, er kommt auch öffentlich und für die Zuschauer kommt er auch sehr, sehr, sehr positiv. Dem gönne ich das von Herzen. Ja, ja. Wieso haben Sie es nicht weitergemacht? Ich habe ja doch dann noch drei Filme gemacht, zwei noch nachher. Ja, irgendwann haben Sie dann aufgehört, gab es dann keine Rollen mehr. Nee, was haben die dann gemacht? Nee, dann hat er, was hat er gemacht? Dann hat er den, nee, der hat dann den Ballonfilm gemacht. Da habe ich es original gemacht, damals den Hollywood-Film mit der Ballonflucht. Okay. Und nein, da war halt keine Rolle, der muss mich ja nicht, der muss mich ja nicht sagen. Nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wir sind befreundet, das ist sehr viel wert. Und vor diesen deutschen Filmen haben Sie auch in Hollywood ein paar Granatensachen gemacht, da will ich es mal ganz salopp sagen. Ja, das war Glück. Ich hatte das große Glück, dass ich ja nun englisch aufgewachsen bin und man suchte einen Stauffenberg für eine amerikanische Produktion und ich durfte den Stauffenberg spielen. Und das ist natürlich eine Sache, die mir natürlich zugute kam, dass selbst die Witwe noch lebte und viele Leute, die ich noch kannte und nicht kannte, kennengelernt habe, die Stauffenberg noch kannten. Und für einen Schauspieler jemanden zu spielen, den es gab und den, an die, wenn ich Cäsar spiele, weiß kein Mensch, wie er war. Aber bei Stauffenberg wussten es auch einige Leute. Das war eine Herausforderung, aber es war eine tolle Rolle. Und der Film hat ja dann auch einen Golden Globe gewonnen, hat in Deutschland keine Sau interessiert. Aber es ist egal. Und das war wahrscheinlich der Durchbruch für mich, weil dann plötzlich bekam ich Angebote aus Amerika. Ja, und dann der Film Ice White Shut. Wahrscheinlich können Sie es gar nicht mehr hören, weil der Film immer so ein bisschen ins Zentrum auch gerückt wurde. Sie haben so viel gemacht. Der kam aber nicht an. Den mochten die Leute nicht. Ja, auch die Kritiker waren nicht so hundertprozentig zufrieden. Der Film kam nicht an. Aber das Besondere daran waren die Darsteller. Ja, typisch ich, dass ich genau den Film mache, der bei Kubrick kein Erfolg war. Ich habe für jeden Film einen Oscar bekommen. Kaum komme ich, spiele mit. Ja, der Stanley Kubrick war ja... Das ist völlig durchgefallen, der Film. Das war die Ikone in dem Geschäft, würde ich mal sagen. Ist das so? Ja, der war cool. Sie sind ja normal jemand... Das war ein Genie. Das war ein absolutes Genie. Das sagen Sie nicht oft. Nein. Das habe ich noch nie gesagt. Sie mögen Personenkult sowieso nie. Nein, Stanley Kubrick war ein Genie. Der hat zum Beispiel diesen Film, wir haben ihn ohne Licht gedreht. Wir haben nur diese Lichterketten gehabt. Und da haben alle Kameramänner gesagt, geht nicht. Daraufhin hat er erfahren, dass irgendein Satellit, der oben war, hatte eine spezielle Kamera, damit er den Mond oder irgendwas... Auf jeden Fall hat er die sich nicht schicken, sondern die Baupläne schicken lassen und hat so Kameras bauen lassen, dass du mit ganz wenig Licht solche Sachen drehen konntest. So war Kubrick. Es gab kein Nein. Er hat einen Film gemacht, diesen Kriegsfilm, der spielte, ich weiß nicht, wie er heißt. Und dann hat, glaube ich, die New York Times oder irgendeine berühmte Zeitung eben gesagt, weil er hat ja immer in England gedreht. Er ist ja nie mehr nach Amerika gegangen. Er hasste Amerika. Und dann haben sie ihm gesagt, das hätte alles vorne und hinten nicht gestimmt. Das Wetter wäre ganz anderes gewesen, wenn du das in Dover drehst statt in Vietnam. Und dann hat er den Kommentarlos die ganzen Wetterberichte von Vietnam geschickt. Deckungsgleich mit den Englischen. Und zwar genau das Gleiche. So war Kubrick. Ich habe ihn geliebt, das ist das falsche Wort, aber ich habe ihn dermaßen respektiert. Er war einfach toll. Darf ich eine Geschichte erzählen? Sie können alles erzählen. Es ist immer sehr schwierig, weil es gibt immer so eine Hierarchie. Regisseur ist ganz oben und Schauspieler sind irgendwo. Da ist noch einer. Kubrick, ich drehte wahrscheinlich mit dem berühmtesten Regisseur des Jahrhunderts, würde ich sagen. Und immer nach jeder Szene mussten alle raus und nur Nicole Kidman und er und ich guckten uns diesen Take, nennt man das, diesen Ausschnitt, wenn er dreht dann auf dem Großfernseher an. Und er stand rechts von mir und sagte, ich möchte, dass du das arroganter spielst. Und als Schauspieler lernen sie sehr schnell, dass wenn sie immer etwas machen, was sie schon lange verfolgt, nämlich diese Rollen verfolgen mich schon so lange, dann sag nie zum Regisseur, nee, mache ich nicht, sondern spiel das, was du bist, sei authentisch, weil das ist dann immer okay. Also ich spielte das nicht so und er sah sich das an und sagte, du hast nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Klar, wie habe ich reagiert? Ich sagte, oh, das tut mir aber leid, ich habe es versucht. Und dann machte er folgendes und das ist undenkbar bei einem deutschen Regisseur, muss ich leider so sagen. Er kam zu mir, umarmte mich und sagte, du hattest recht. Und da bin ich fast in Tränen ausgebrochen, das hat noch nie ein Regisseur zu mir gesagt. Also nur um die menschliche Qualität dieses Menschen, dieses Mannes. Trotzdem war er gefürchtet ja auch. Ja, aber er hatte anscheinend die Altesmilde, zu der soll ich ja auch irgendwann kommen, habe ich gehört. Ja, es war sein letzter Film. Ja, es war sein letzter Film und er war völlig ohne, er hat nie geschrien oder irgendwas. Also er galt ja als jemand, der unheimlich viele Wiederholungen auch genutzt hat, um präzise zu sein. Hat er es genutzt, um im Detail präzise zu sein oder um die Auswahl zu haben und sich das Beste rauszusuchen? Naja, das sowieso. Aussuchen sowieso. Aber er wusste dann schon, welchen Take er nimmt. Nein, er hat es, wir haben teilweise 30 Mal das Gleiche gemacht. Ja. Und das ist ätzend. Wie war das mit seiner Putz, da gibt es eine Geschichte, die seine Putzfrau eingestellt hat. Habe ich das bei Ihnen gelesen, dass er irgendwie einen besonderen Dreh raus hat, um festzustellen, ist das die Putzfrau, die ich einstelle, ja oder nein? Ja, vage. Aber es ist nicht von mir, die Geschichte. Erzählen Sie. Nein, 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 nein. Also das Letzte, was ich tue, sind meine eigene Feinsteuerung. Sie wollen das doch auch alle hören, oder? Das ist clever. Nein, 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 nein. Das mache das, ich erzähle keine Geschichten. Das machen Sie, Herr Dumont. Schade. Ja. Wir waren alle sehr interessiert. Ja. Wenn wir schon bei diesem wunderbaren Film sind, wo Sie zu Recht sagen, die Kritiken waren, naja, so mittelmäßig. Ich fand mich auch schrecklich. Bitte? Ich fand mich schrecklich. Ist das nicht, aber das meine ich, geht nicht nur Ihnen so. Das geht immer, wenn man... Sie meinen, alle fanden mich schrecklich. Dankeschön. Vielen Dank. Dann wollen wir das mal bestätigen. Wir kommen jetzt auf den Punkt. Nein, aber können Sie sich gut im Fernsehen sehen, wenn Sie mal was von... Sie schauen sich gar nichts mehr an wahrscheinlich. Ja, das kann man nicht. Das sagen aber die meisten. Ganz wenig kann man sie. Auch die eigene Stimme kann man nicht hören, wenn man sich blöd ist. Doch, die kann ich hören. Ja, das kann ich hören. Die höre ich andauernd. Ja, aber jetzt kommen wir zu diesen beiden doch weltberühmten Schauspielern, Tom Cruise und Nicole Kidman. Ist die Nicole Kidman so hübsch, wie sie im Fernsehen rüberkommt? Mein Typ ist sie nicht. Das will ich ja wissen. Leider. Ne? Weil wir haben ja sehr lange und sehr intensiv getanzt. Ja. Nein, sie ist nicht mein Typ, aber sie ist sehr, sehr nett und sie ist eine unglaublich gute Schauspielerin. Ja. Aber sie ist gerne französisch. Ich weiß was. Naja gut, wir haben sehr eng immer tanzen müssen. Wir haben uns privat dann auch gesehen. Tom Cruise hatte einen Wohnwagen, der war so wie viermal hier diese Bühne hier. Und da saßen wir natürlich die ganze Zeit. Und sie erzählte mir immer beim Tanzen, bei den Proben, dass sie ein tolles französisches Restaurant haben. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, das riecht man, Nicole. Und da wurde sie starr und sagte, was meinst du? Sag ich, du stinkst nach Knoblauch, dass ich nicht weiß, ob ich komme oder gehe. Und ich hatte immer Pfeffermünz, weil das habe ich beim Drehen immer. Weil irgendwie gibt es nichts Schlimmeres, als wenn dein Gegenüber dich anhaucht und dann so Worte mit Haas benutzt, nicht? Hasso habe ich heute getroffen. Oh Gott. Und dann habe ich ihr immer Pfeffermünz gegeben und dann bekam sie nach einer Woche eine Magen-Darm-Reizwand. Von ihrem Pfeffermünz. Ja, von Pfeffermünz, ja. Aber sie war entzückt und sie war eine ganz tolle Kollegin. Ja, der Knoblauch, so ist er. Also der Tom Cruise, da gibt es auch eine schöne Geschichte von Ihnen. Sie waren ja eigentlich eng miteinander auch verbunden und haben ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm gehabt. Aber er ist ein wenig abgetrifft. Ja, wir waren sehr, sehr eng befreundet. Aber irgendwann, wir haben uns geschrieben, wir haben uns geschickt. Nikolaus habe ich den, die wussten nicht, dass wir Routen haben für Nikolaus. Und die schickt mir komischerweise, die haben Kaffee, der schmeckt nach Aprikose. Oder Kaffee, der schmeckt nach Erdbeeren. Also gut, wir haben halt andere Sachen. Und wir haben uns sehr lange geschrieben und so weiter, also Nicole und Tom. Und dann haben die sich getrennt. Und das habe ich aber irgendwie nicht mit, schon mitbekommen, aber wir haben uns nicht mehr gesehen. Und dann war eine Bambi-Verleihung. Da bekam ich, glaube ich, sogar einen Bambi. Und er saß so weit weg, wie sie jetzt sitzen. Und ein bisschen weiter vielleicht. Und es kam natürlich von mir auf der Riesenleinwand auch ein Bild, wie ich das Ding bekam. Und dann war die Verleihung zu Ende und man stand auf, um zum Essen zu gehen. Und er kam auf mich zu und ich sagte, hi Tom. Und er ging durch mich durch. Er hat nicht mal Hallo gesagt. Hat mich verletzt, aber ist okay, ich bin drüber hinweg. Ja, man kommt da drüber hinweg, aber es muss ja eine Begründung dafür geben. Das ist, glaube ich, diese Sekte. Ich glaube, es ist die Sekte. Irgendwo, ja. Ich habe mit Nicole nichts gehabt. Ja, ja, ja. Auch das wird ja vermutet. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, das wurde nicht vermutet. Nein, nein, nein. Ich hätte sie ja sofort geheiratet. Ein anderes Thema in dieser Zeit, in Ihrer Karriere oder vielleicht sogar noch sehr viel früher, war der James Bond. Da gibt es ja das Gerücht, oder es ist mehr als ein Gerücht, dass Sie einer der Kandidaten waren, vielleicht den James Bond mal zu spielen. Ja, es war so, dass ich hatte, meine erste Agentin hieß Steffi Uwanovic. Und schon bei Steffi Uwanovic waren Gerd Fröbe, Kurt Jürgens, Lili Palmer, Maria Schell, Klaus Ginski, also alle Stars Deutschlands. Und die nahmen mich auf, was mich sehr gewundert hat. Und ich war in London, weil meine Mutter ja dort lebte. Und sie kam, um Gerd Fröbe an Cubby Broccoli zu verkaufen, sozusagen. Der wollte den für einen James Bond. Und sie rief mich an und sagte, kannst du mir, ich habe die Fotos vergessen von Fröbe, könntest du bitte in meinem Hotel die Fotos holen und mir ins Büro von Brokkoli bringen. Das habe ich dann gemacht. Und am Abend rief sie mich an und sagte, ich solle zu ihr ins Hotel kommen. Und ich ging hin und dann legte sie mir zwei Verträge vor. Einen Vertrag rechts, der war irgendwie 30 Seiten, einen Optionsvertrag für den nächsten James Bond. Ich sollte dafür keine Filme machen. Ich machte eh keine Filme, ich hatte überhaupt keine Arbeit. Ich durfte keine Werbung machen, ich machte eh keine Werbung. Ich sollte Karate lernen und sollte meine Augenbrauen rasieren. Die wuchsen bei mir durch. Das habe ich alles gerne natürlich unterschrieben, weil ich bekam fast sechs Monate gutes Geld. Und der zweite Vertrag war, Christopher Lee hörte damals auf, Dracula zu spielen. Oha. Und die boten mir drei Filme an. Wow. Und ich dachte mir natürlich, James Bond ist mir lieber. Und habe es abgesagt. Und James Bond wurde dann auch nichts, weil ich war zu jung. Ich war damals 24 und sie hatten schon eine Schauspielerin engagiert, Jill Clayberg. Vielleicht kennt die jemand, die war damals glaube ich 34. Das hätte nicht funktioniert. Ja. Aber? Dann wurde es George Lazenby und der hat einen gemacht und dann ist er ausgespissen. Ah, okay. Gut. Sie sind dann auch irgendwann... Ich bin aber froh, dass es so blöd das klingt, wenn ich das noch sagen darf. Ich habe mir überlegt, wenn ich mit 24 James Bond geworden wäre, ich glaube, das hätte mir nicht gut getan. Ich glaube, ich wäre ein ziemliches Arschloch geworden. Ich glaube nicht, dass man sowas so leicht wegsteckt. Ja, gut. Ein Weltstar zu werden mit 24. Ja, aber die Chance war ja dann doch durchaus da. Sie waren in Hollywood, aber irgendwann haben Sie dann nach einigen Jahren doch gesagt, ne. Ne, ja. Oder? Ja, aber das war was anderes. Ich habe natürlich nach dem Stauffenberg bekam ich, weil, wie gesagt, das hat ein Golden Globe gewonnen. Das war ein riesen Erfolg in Amerika und da bekam ich Angebote, bin ich auch rübergegangen, war ich gerade in der Scheidung und war in Los Angeles und drehte dort. Aber das ist nicht mein System. Das ist, also zum Beispiel wird man da belohnt, je größer die Rolle ist und je beliebter man ist, darf man näher am Studio parken. Das finde ich schon blöd. Oder es war eine, die die Scripts, die Drehbücher getippt hat, es war eine deutsche, die hieß Heidi und die war krank, die wollte ins Krankenhaus und die wusste, wenn sie einen Tag fehlt, wird sie rausgeschmissen. Oder ich habe immer gefrühstückt mit der Casting-Chefin, es war eine junge Frau und bevor es losging und der Nebenschreibtisch war ein älterer Casting-Direktor, der hatte damals sogar Outside of Africa und großartige Hollywood-Filme besetzt und der war noch nicht da und sie sagte, du bitte, du müsstest jetzt dann gehen, sage ich warum, ja weil der kommt gleich und also was war, er kam und hatte auf seinem Büro, auf seinem Schreibtisch einen Brief liegen und den machte er auf und las den und dann nahm er einen Karton und räumte seinen Schreibtisch aus und ging nach Hause. Er war gekündigt, ohne dass man sich die Mühe gemacht hat, es ihm vorher zu sagen, das ist das amerikanische System. Fire and Fire. Ja und dieses, das mache ich nicht mit, das finde ich zum Kotzen. Und dann haben Sie ja mehr... Menschenverachtend. Ja. Es ist Menschenverachtend, das ist glaube ich der richtige Begriff dann, wenn Sie das so schildern, wird man dann, wie soll ich sagen, kommt man dann wieder zurück in Deutschland und sagt, hat man es doch gut hier in diesem Land. Ja, es ging dann noch weiter, wenn ich das kurz erzählen kann, ich hatte dann ein Casting für einen Colombo, den kennen ja wahrscheinlich alle noch und ich dachte, wow, super, ich würde gerne Colombo machen, toll. Und es war heiß und ich hatte ein T-Shirt an und Jeans und Turnschuhe und ging dorthin und haben gesagt, sie müssen sich da hinten hinsetzen fürs Casting. Man hatte so vier Sätze und ich komme in diesen Raum und da sitzen 22 Sky du Mons. Alle im Smoking, ich im T-Shirt. Gut, ich mache es kurz. Ich bin, ich glaube sieben oder achtmal da hingegangen zum Casting, dann waren es letztes Mal nur noch 18, dann waren es nur noch 12, dann waren es nur noch 4, am Schluss waren es halt 3 und dann habe ich gesagt, wann fangen Sie an zu drehen? Morgen. Ja, das ist nicht mein Ding. Nee. Ich war froh, als ich weg war. Und ich landete in München beim Nieselregen, weiß ich noch, Pan Am, vielleicht erinnert man sich noch. Es nieselte und ich setzte mich damals im Wiener Wald, gab es ja noch damals am Münchner Flughafen. Mein Gepäck war natürlich nicht gekommen, den hatten sie verloren, den Koffer und saß in dem Café und habe mir ein Cappuccino bestellt und habe mir die Abendzeitung runtergenommen und vom Dings und habe es gelesen und dachte mir, oh, ist das gemütlich. Und dann war ich so glücklich, dass ich wieder zu Hause war. Ja, das heißt, Lebensqualität spielte für Sie, spielt für Sie eine sehr große Rolle und in Teilen ist sie Ihnen mehr wert als der berufliche Erfolg. Entscheidend. Entscheidend. Das ist etwas, was mich interessiert hat, weil ich das Gefühl hatte, der hätte noch ganz anders da durchstarten können, wenn er nicht das Gefühl hätte, nee, das kotzt mich an, das will ich nicht, dann mache ich lieber das andere. Nach dieser Einstellung. Man hat das Gefühl, es hätte auch noch... Ja, klar, Sie können zufrieden sein, das sagt er nicht. Nein, das meinte ich jetzt nicht damit, das war mir nicht so wichtig. Ich habe ja nun immer verschiedene Dinge gemacht. Ich habe Theater gespielt, ich habe gedreht, ich habe gesprochen, ich war beim Bayerischen Rundfunk, ich habe mir damals schon geschrieben, ich habe acht Bücher geschrieben, zwei wurden verfilmt. Natürlich die schlechtesten Bücher haben sie verfilmt. Ich habe damals schon gewusst, ich muss auf mehreren Beinen stehen in diesem Beruf, damit ich mir das leisten kann, was ich mir leisten möchte. Nämlich keine Angst zu haben und nicht zu wissen, weil ich kenne das, wenn ich nicht wusste, wie ich die Miete zahle von meinem Zimmer. Das wollte ich nicht mehr und das hat mich wahrscheinlich gerettet, weil ich nie abhängig war von irgendeiner Rolle oder von irgendetwas. Ich hatte immer irgendwie einen, wo ich ausweichen konnte. Ich habe ja fast fünf Jahre lang alle Rollen abgesagt, wo die böse waren. Ich sollte im Tatort böse... Dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht, will ich einfach jetzt nicht. Aber Sie konnten es sich leisten? Nein, leisten konnte ich es mir nicht unbedingt, ich konnte leben. Aber leisten meine ich jetzt, konnte ich es nicht, weil ich so toll oder berühmt war, sondern ich konnte es mir finanziell leisten, weil ich eben andere Dinge gemacht habe. Ja, das meine ich. Entschuldigung, habe ich Sie falsch verstanden. Das war mir wichtig, ja. Ja, vor allen Dingen auch, Sie haben es ja selbst angedeutet, Lebensstandard, der ist ja gewachsen mit der Zeit, wenn man sich ein paar Mal scheiden lässt, dann braucht man ja auch ein paar Mark mehr. Die paar Mark haben ja die Frauen. Ganz so schlimm ist es nicht. Nein, nein. Ich verstehe mich mit allen ganz wunderbar. Das ist übrigens auch etwas, was mir aufgefallen ist, auch außergewöhnlich. Ja? Ja, das meine ich schon, das ist, ich meine, wenn man sich das anliest und so ein bisschen versucht zu recherchieren, dann hat man schon das Gefühl, dass das etwas sehr Besonderes auch ist, was Ihnen gelungen ist. Ja, das möchte ich einfach mal sagen, weil mir das natürlich immer, deswegen mache ich mich drüber lustig, ich bin nicht stolz drauf. Nein, na gut. Ich habe wahrscheinlich jemanden zu Hause gesucht, deswegen habe ich geheiratet. Ich hatte, das ist, da hat jemand gelacht, zu Recht, deswegen will ich sagen, ich bin nicht stolz drauf, dass ich viermal geschieden bin. Und das ging nicht immer von mir aus. Aber es war halt so und es ist halt so. Aber ich kenne andere, die bedeutend mehr rumgeschlafen haben als ich und die finden die Leute toll. Boah, das ist ein Stecher, du. Ja, jetzt habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Ja, die Menschen registrieren das, natürlich. Das wird zu Unrecht manchmal auch in einen Mittelpunkt geschoben. Und der Boulevard packt einen mit beiden Händen und zieht einen auf den Teppich. All das gehört mit zu dem Leben dazu, wenn wir eine öffentliche Person sind. Sie haben eingangs unseres Gesprächs hier am heutigen Abend gesagt, ich mag eigentlich die Öffentlichkeit gar nicht so. Aber das ist trotzdem dann damit verbunden, dass man an die Öffentlichkeit auch ein Stück weit gezerrt wird und damit umgehen muss. Vielleicht war Marc das falsche Wort, ich suche sie nicht. Weil das würde ja dem widersprechen, was wir hier machen. Und ich bin eigentlich kein Schleimer, aber die Menschen waren sich nett. Sie klatschen an den richtigen Stellen, sie lachen an den richtigen Stellen. Die Eifel, ja. Also es wäre falsch, wenn ich sagen würde, ich mag die Öffentlichkeit nicht, wenn die Leute nett sind und sie sind wirklich nett inzwischen. Aber ich suche sie nicht, weil ich bin lieber allein. Sind Sie immer noch allein? Ja, ja. Ich bin aber auch gerne allein mit jemandem. Ich weiß, das ist anders gemeint. Ja, 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 gut. Na ja, der wollte mich aufs Eis führen. Ist ein sensibler Mann, das steht fest. Die Antennen sind immer noch da. Keine Frage. Ja, wir haben über viele Erfolge schon gesprochen. Und wenn wir das Thema dann abschließen an dieser Stelle, was das angeht. Ich komme aus dem Fußball, man feiert Erfolge. Ist das etwas, was Sie als Niederlagen bezeichnen? Dass es Ihnen nicht gelungen ist, mit einer Frau verheiratet zu bleiben? Selbstverständlich. Aber ja. Ist das das richtige Wort? Niederlage? Absolut. Gerade jetzt mit zwei Kindern, das ist ein Drama. Es ging nicht von mir aus. Das liegt schon daran, dass wenn man eine Frau heiratet, die so viel jünger ist, dann wusste ich von Anfang an, dass das keine Zukunft hat. Und das war egoistisch, weil ich letztendlich für mich entschieden habe, denn ich wusste, dass meine Frau zwei Kinder haben möchte. Und die hat sie auch bekommen. Ich habe zwei wunderbare Kinder. Aber für die Kinder ist es natürlich wirklich nicht einfach, obwohl wir uns sehr, sehr gut verstehen. Aber es ist natürlich drei Wochen beim Vater, drei Wochen bei der Mutter, drei Wochen beim Vater. Alles wird gepackt, alles wird rübergebracht. Das ist Kacke. Und das hätte ich natürlich vorher wissen müssen. Warum? Welche Lehren zieht man da raus? Versuch dir, wenn. Erstens mal eine Frau, die in deinem Dunstkreis ist, also in deinem Alter ist. Okay. Weil das ist eine Generation. Ja, ja. Und das Zweite ist natürlich, dass wenn sie ein bekannter Schauspieler sind und jemanden haben, der eigentlich dahin möchte und immer steht Lieschen Müller, die Frau von Sky Demont, dann fängt das natürlich an zu nerven. Weil selbst der Partner ist, auch wenn er nicht bekannt ist, eine Persönlichkeit. Und er will nicht immer unter dem Namen eines anderen genannt werden. Das würde ich ätzend finde. Und das findet natürlich meine Partnerin genauso ätzend. Und das war der Grund, eine der Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Also, ja. Würden Sie ein fünftes Mal heiraten? Nein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir an dir... Da hat jemand ganz schmutzig gelacht. Ich hab's gehört. Auch das ist die Eifel. So. Hey, hey, hey. Warte mal. Ich finde, dass Sie sehr offen und sehr sympathisch damit umgehen. Hatte ich so eigentlich gar nicht erwacht, dass wir darüber überhaupt sprechen können. Ich danke Ihnen dafür sehr. Das ist auch ein Einblick. Und bin ich davon ausgegangen, dass Sie so offen darüber sprechen. Ja, wenn ich nicht darüber sprechen möchte, sage ich nö. Ja, das haben Sie aber nicht getan. Deshalb finde ich es sehr gut an der Stelle. Herzlichen Dank für die zweiten Einblicke. Wir würden nochmal auf Musik zurückgreifen wollen. Vielen Dank, Herr Demont. Danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir kommen zum dritten Teil dieses, wie ich finde, amüsanten Dialoges. Herr Demont, wenn wir dann zum Jetzt auch ein Stück weit kommen. Sie haben gesagt, Sie haben acht Bücher geschrieben, acht erfolgreich, Sie waren alle erfolgreich, acht erfolgreiche Romane. Und zwei sind verfilmt worden. Und dann ist das ja auch etwas, was viele zwar mitbekommen, aber gar nicht so wahrnehmen. Wie sind Sie, 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 wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, zu sagen, ich schreibe Bücher und dann diese Entwicklung bis zum jetzt letzten Buch? Würde mich interessieren. Ja, geschrieben habe ich schon immer, ich habe ein Tatort geschrieben, weil ich es sehr genieße, weil ich es sehr genieße, alleine zu sitzen und meine Welt einzutauchen. Und das habe ich schon immer gemacht, gerne. Ich habe Bücher dann selbst, ich habe Drehbücher geschrieben und die ersten waren zwei Krimis und die waren richtig schlecht. Die wurden leider dann auch verfilmt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich lustig. Und das hat dann funktioniert. Das macht mir großen Spaß, aber es ist halt, ja es ist befriedigend, es ist schön, vor allem wenn es fertig ist. Ja, ist Schreiben, wenn Sie sich entscheiden müssten, man bietet Ihnen eine Rolle an oder Sie könnten ein Buch schreiben, was würden Sie machen? Schreiben. Schreiben? Ja. Ohne Wenn und Aber? Ohne Wenn und Aber, ja. Die letzten Bücher haben auch zum Teil etwas mit Eltern. Ich weiß, dass es nicht biografische Züge hat. Natürlich sind es Dinge, die man im Kopf hat. Es gibt irgendwo auch im Leben Berührungspunkte zu dem einen oder anderen Detail. Aber es hat nichts mit Ihnen direkt jetzt zu tun. Gar nichts. Das glauben die Leute immer. Ja, aber das ist nicht der Fall. Aber es gibt eine Tendenz, insbesondere das letzte Buch, es geht ums Älterwerden generell. Ist das ein Thema, das Sie umtreibt? Auch wenn es keine biografischen Züge hat? Also, ja, die letzten zwei gingen, da war ich noch unter 70. Da hat es mich noch nicht umgetrieben. Ich gebe zu, dass mit 70 ist was passiert. Okay. Und deswegen fange ich jetzt auch ein neues an. Ich, man wollte ja von mir immer, die Verlage wollte immer lustige Bücher. Ja, Kacke, mach dich mal lustig über Inkontinenz. Das war sehr schwierig, weil ich habe gemerkt, also mir persönlich geht es so, dass ich keine Pläne mehr mache. Deine Zukunft ist irgendwie hinter dir. Ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Ich werde jetzt kein Hochschulstudium und ich werde auch nicht lernen, noch Klavier zu spielen, weil ich es mir alles nicht mehr merken kann. Also viele Dinge, doch, 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 doch. Sie sind noch nicht 70, nicht? Ja, aber ich bin Klavierlehrer. Das war sehr gut gekontert. Bravo, bravo. Doch, doch. Wissen Sie, mit Applaus können Sie einen Schiedsrichter eher erschrecken, als dass Sie ihm was Gutes tun. Aber hier sind Sie ja kein Schiedsrichter. Ja, aber einmal Schiedsrichter sind Sie ein ganzes Leben lang. Da komme ich nicht draus raus. Aber nochmal zurück zu Ihnen. Naja, gut, also ich gebe zu, dass das Alter, ich habe ja nun Glück, ich habe gute Gene. Meine Mutter ist 97 geworden, mein Vater ist 98 geworden, hat 40 Zigaretten am Tag geraucht und eine Flasche Whisky, schwerer Alkoholiker, aber hat bis 98 gelebt. Also ich habe anscheinend gute Gene, weil ich saufe nicht und ich rauche nicht. Ich lasse mich nur scheiden. Das kostet natürlich auch viel Kraft. Sehr viel Kraft. Ich erzähle mal was anderes. Ich habe zwei Fälle erlebt, wo jemand gestorben ist und hatte nichts vorbereitet und die Kinder mussten dann die ganze Mühsal, waren todunglücklich und mussten das Grab und weiß nicht, Sie wissen ja selber, was man da alles machen muss. Und da habe ich gedacht, das will ich meinen Kindern nicht antun und bin zum Friedhof rüber spaziert. Ich wohne fast gegenüber vom ältesten Friedhof in Hamburg und habe mir ein Grab gekauft. Nee. Da passen sechs Leute rein. Ja, sie lachen. Vier Frauen. Nein, nein, das ist nicht geplant. Weil ich mir gedacht habe, wieso, wenn ich umfalle und sterbe, müssen sich meine Kinder, die mich ja hoffentlich lieben, sich dann auch noch darum kümmern. Die sollen sich aufs Testament freuen. Das heißt, ich beschäftige mich mehr jetzt mit dem, was kommt, als die Pläne, die was Tolles sind. Ich mache das noch. Das Einzige, was gut ist, ist, früher, wenn ich was abgesagt habe, zum Beispiel, wenn ich bei Ihnen abgesagt hätte oder so, hätte ich früher gesagt, da kann ich leider nicht, da habe ich gerade einen Funk oder sowas. Heute sage ich einfach, nö. Ich will einfach nicht. Warum nicht? Ich habe keinen Bock. Ja. Und das ist angenehm oder sowas das Einzige? Ja, es gibt nicht vielleicht, das Einzige, das ist Ihre Ansicht, das Einzige. Das heißt, Pläne gibt es bei Ihnen in der Hinsicht keine. Sie sind eher jemand, der jetzt versucht, die Vergangenheit zu strukturieren und mal zu analysieren. Die wird ja strukturiert von der Presse und von Interviews und so weiter. Aber das reicht Ihnen wohl nicht. Na doch, das reicht mir wohl. Nein, was ich damit meine ist, dass ich nicht mehr, also sagen wir mal, ich hätte sehr viel Geld. Würde ich mir jetzt keine Wohnung kaufen als Investment? Oder wozu? Ich weiß nicht, ob ich vermitteln kann, was ich damit sagen will. Ja, ja, absolut, absolut. Viele Dinge sind einfach vorbei. Das wird nichts mehr. Ist das ein Moment, der... Ich will ja auch nicht jünger erscheinen, als ich bin und das finde ich, das hat mich bei meiner Mutter immer sehr gestört. Die wollte immer jung sein und das ist peinlich. Ich kenne doch andere Leute, die immer jung sein wollen und es nicht mehr sind. Ich habe einige Kolleginnen, die einfach... Ich finde, wenn eine Frau 50 oder 60 ist, ist sie genauso attraktiv, wie wenn sie 24 ist. Vielleicht sogar attraktiver und das sage ich jetzt nicht, sondern weil sie dann viel mehr aussagen kann, viel mehr präsentieren kann, viel mehr weiß, viel mehr einem helfen kann, einem Rat geben kann. Sie ist eine viel bessere Partnerin. Sich jünger stellen, als man ist, ist doof, finde ich. Ich brauche keinen Porsche mit Schwanzflosse. Ja, und solche Sachen. Ja, und ich glaube, das Wort aufräumen ist eines, was Sie schon mal benutzen. Sie sagen, ich räume mein Leben... Sehen Sie, ist mir nicht eingefallen, danke. Ist es so? Ist es das Wort? Ich glaube, das ist mir so geläufig in Ihrem Sprachgebrauch. Ich räume jetzt auf, ich mache eben nicht mehr so viele Pläne. Ist das ein Prozess, den Sie gelassen und sehenden Auges vollführen oder ist es etwas, was Sie auch nach unten zieht? Nein, nach unten zieht es mich nicht, gar nicht. Ich spiele zum Beispiel nicht mehr Theater. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Wenn Sie Theater spielen, müssen Sie sich verpflichten, ich mache es kurz, dann haben Sie drei Monate, jeden Abend spielen Sie, außer am Montag, und dann müssen Sie auf die Bühne. Ob Ihr Sohn vom Baum fällt und sich das Genick bricht oder Ihre Frau Sie verlassen hat oder Ihre Mutter Krebs hat, Sie müssen immer auf diese Bühne. Und dazu bin ich nicht bereit mehr, das zu machen. Ich habe ein Privatleben und das Privatleben ist mir wichtiger. Und ich kann nicht verstehen, dass Sonja Ziehmann, die Sie vielleicht noch alle kennen, Ihr Sohn begeht Selbstmord und die geht zwei Tage später auf die Bühne. Das kann ich nicht verstehen, tut mir leid, das ist unwichtig. Ja, und Sie können natürlich mit dem Hintergrund sagen, nee, dazu bin ich nicht mehr bereit. Ich habe Sie jetzt kennengelernt in der kurzen Zeit der letzten Wochen und auch heute, als jemand, der sehr präzise und sehr genau und sehr sensibel mit Dingen umgeht und Dinge auch exakt auf den Punkt plant. Treffe ich Sie da? Das heißt, wenn Sie Ihr Leben so jetzt aufräumen, Sie haben gesagt, Sie haben sich ein Grab gekauft und ich das richtig verstanden habe in Köln. Sechs Leute passen da rein. Ja, Sie wollen nur Platz haben, nehme ich an, alleine. Ich will mich ausstrecken und ich habe gesagt, bitte zur Seite, wo die Elbchaussee ist, da ist immer was los. Ja, aber worauf ich hinaus will, dann sind Sie auch jemand, der über den Tod nachdenkt. Ja, natürlich, ich habe ein Testament, alles, klar, das habe ich schon länger. Schreckt Sie das? Nö, ich will nur nicht dabei sein. Ja, ja, organisieren Sie das? Was, dass ich sterbe? Nein, ja, man kann ja gewisserweise auch Vorkehrungen treffen und so weiter. Ja, ich bin Mitglied bei Exit in der Schweiz. Okay. Weil ich es ein Unding finde, dass Menschen, die unfassbare Qualen haben, nicht sterben dürfen, wenn sie sterben wollen. Das ist natürlich jemand aus... Das wusste ich im Übrigen nicht, ich wusste das nicht. Ich finde es ein Unding, dass das, klar, wenn jemand aus Liebeskummer mit 50 sagt oder mit 22, ich will nicht mehr leben, das ist Quatsch. Aber dass Menschen, die wirklich tagtäglich unbeschreibliche Qualen haben, da gibt es einige, nicht sterben dürfen. Jetzt dürfen sie es ja mittlerweile. Und, aber das fand ich ein Skandal. Ich meine, es begründet sich in unserer Vergangenheit. Aber, ja. Mitglied bei Exit in der Schweiz heißt, dass Sie auch im Endeffekt dem vorbeugen würden, dass Sie sagen, ich möchte das alles nicht. Und selbstbestimmt und klar und dann käme für Sie ein Altersheim nicht in Frage. Nein, 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 es kommt darauf an, es kommt darauf an, wie es mir geht. Um Gottes Willen. Wenn ich so fit bin, wie meine Mutter mit 96... Ich meine, Sie sind noch ein junger Mann, aber trotzdem... Fragen Sie mal meine Kinder. Nein, mir geht es ja gut. Nein, nur ich möchte, wenn ich zum Beispiel Schmerzen hätte oder was weiß ich hätte, es gibt ja so schreckliche... Ich bin ja manchmal in... Ich habe ja früher sehr viel in Altersheimen gelesen. Dann bin ich über Nikolaus hingegangen und habe dann Stollen mitgebracht und Lebkuchen und so weiter. Das mache ich jetzt weniger, aber... Und da sind teilweise wirklich Menschen da, die im Bett liegen und nur noch Qualen leiden und... Muss das sein? Ich will es nicht. Jeder soll das für sich entscheiden. Aber man darf es ja nicht entscheiden und das ist... Ich möchte es entscheiden. Ja, ich wusste das nicht, aber ich habe es vermutet, weil ich... Das weiß glaube ich niemand, das habe ich auch noch nie öffentlich gesagt. Das ist etwas, was ich deshalb... Vielen Dank, dass Sie da so offen auch mit umgehen. Was sind denn die Werte, wo Sie sagen, das sind die größten Güter, die ich in meinem Leben habe? Ist es Familie? Sind es Freunde? Was sind die großen Werte, wo Sie sagen, das sind für mich die wichtigsten Dinge, die man braucht? Das sind nur meine Kinder. Das klingt jetzt wahnsinnig schablonenhaft, aber meine Kinder sind... Also ich bin wahnsinnig stolz auf meine Kinder. Ja. Und Sie haben angedeutet, Sie sind selbst ohne Vater aufgewachsen, dass Sie deshalb Ihre Rolle auch anders vielleicht verstehen und viel vielleicht auch behutsamer ausfüllen, als man das normalerweise erwarten könnte. Würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, das gibt sehr, sehr... Ich kenne ganz viele Eltern, die unfassbar, die vielleicht sogar noch lieber mit ihren Kindern sind, als ich das bin. Das glaube ich, ist keine spezielle Fähigkeit von mir. Nein, ich liebe einfach meine Kinder, weil sie mir... Es ist eine andere Welt, die sie mir geben und das ist ganz toll. Es sind irgendwo, ist ein wunderbares, kein gleiches, sondern eine sehr schöne Geschichte auch in Ihrem Umfeld gewesen, in ein Interview oder irgend sowas in der Richtung, die Geschichte von den vier Bällen. Sagt Ihnen das was? Familie, Gesundheit, Freunde und Arbeit. Im Leben jongliert man mit vier Bällen. War das bei Ihnen? Nein, das kann ich nicht. Das fand ich so eine schöne... Klingt aber gut. Doch, wir wollen sie alle hören. Nein, nein, nein. Die anderen haben sie uns schon nicht erzählt. Aber diese vier Bälle, Familie, Gesundheit, Freunde und Arbeit zu jonglieren und achtsam damit umzugehen und der einzige Ball, der nicht aus Glas ist, ist die Arbeit. Das fand ich so schön. Das ist aber hübsch. Wenn einem die Bälle entgleiten im Leben und dann... Kann die Arbeit runterfallen. Alles könnte runterfallen. Aber wenn es ein guter Gummiball ist, kommt er wieder hoch. Kommt immer wieder hoch. Das ist das Einzige, was Sie ein Leben lang behalten, auch wenn es Ihnen mal runterfällt. Schön. Ja, ja. Sehr schön. Das klingt nach Ende. Bitte? Das klingt nach Ende. Nein, nein. Ich hole Sie da wieder raus. Machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt da so viele... Wir könnten da stundenlang über Sie sprechen. Es gibt so viele schöne Themenbereiche, die mich interessieren. Eigentlich sind Sie mein Fach im Anzug. Ja? Ja. Sie meinen das Fach, was Sie... Ja, was ich sonst spiele. Das wollten Sie nie wieder spielen. Sie sehen farbhaft aus. Ja, ja. Fehlt der Seidenschal. Sie haben das... Ich habe das mir schon... Ich weiß schon, was Sie gedacht haben. Das haben jetzt Sie gesagt. Ja, ja. Als das Thema aufkam, habe ich gedacht, da fehlt jetzt nicht mehr viel der Sache. Ich sah immer so aus wie Sie. Ja, ja. Keine Sorge. Ich hatte das schon im Blick. Aber was mich so fasziniert ist, dass Sie auch jemand sind, der offen auch Dinge ausspricht, auch öffentlich, die ihn stören. Sie waren ja auch politisch sehr aktiv, das darf man so deutlich sagen. Sie waren Mitglied der FDP bis zu einem gewissen Grade und haben dann auch mitgemischt, da wo es... Nicht mitgemischt, aber schon deutlich gesagt, was Sie denken. Nein, es war so, dass in Hamburg wollten die Grünen damals die Gymnasien abschaffen und ich fand, ein etabliertes, bewährtes Schulsystem sollte nicht abgeschafft werden. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben versucht, man muss dann 150.000 Stimmen sammeln und das war sehr schwierig. Und dann kam die FDP auf mich zu und hat gesagt, wir unterstützen euch, weil wir sind auch dagegen, dass man das abschafft. Und dann haben die die ganze Logistik aufgestellt und plötzlich waren wir dann tatsächlich 150.000. Und dann muss man ja 250.000 haben, um einen Volksentscheid, also einen Volksbegehren, einen Volksentscheid. Und dann hat Frau Götzsch von den Grünen damals noch zu mir gesagt, das schaffen Sie nie, Herr Dimon. Und wir haben es geschafft, 250.000. Und das war die Hilfe der FDP, muss ich wirklich sagen. Und wir haben es geschafft, sie musste dann auch zurücktreten und die Regierung ist auch geplatzt damals. Und da waren wir sehr stolz, weil man kann eben doch was bewegen, wenn man sich hinstellt und einem nicht passt. Denn wir haben eine funktionierende Demokratie und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Also nicht auf mich, sondern auf, dass wir so eine Demokratie haben. Aber das war meine Verbindung zur FDP und ich bin dann auch sofort, eigentlich nicht sofort, aber ziemlich schnell wieder ausgetreten. Warum? Weil es nicht in allen Bereichen meine Richtung ist. Ich bin ein bisschen grün, ich bin ein bisschen gelb, ich bin ein bisschen, das ist es eigentlich. Schwarz bin ich nicht, rot auch nicht. Ich meine, Sie sind ausgetreten im Zusammenhang mit diesen Koalitionsgesprächen, als die FDP nicht richtig zugepackt hat, sondern sich ihrer Verantwortung... Das hat mich sehr geärgert. Da habe ich mich auch öffentlich, ja, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Also war es so? Ja, das hat mich sehr geärgert. Ja, ja, das fand ich saudoof. Ich weiß, dass ich Guido Westerwelle ja sogar nochmal eine Nachricht im Bundestag geschickt habe, weil ich ihm geschrieben habe, wir waren sehr befreundet. Guido, du bist nicht mehr in der Opposition, du bist jetzt Außenminister aller Deutschen, deswegen kannst du hier nicht... Aber hier war es der Lindner, der zurückgezogen hat bei Merkel. Ja, aber da war ich aber schon lange nicht mehr aktiv, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen, weil immer noch gesagt wird, ich wäre FDP, das bin ich nicht. Ich bin in vielen Dingen schon liberal, ich finde, jetzt bin ich aber tapfer, ich finde, jeder, der ein bisschen Hirn hat, ist liberal. Er muss nicht deswegen FDP sein, aber Liberalität ist eine Grundvoraussetzung eines intelligenten Menschen, finde ich. Ja, Liberalität, Toleranz... Ja, das ist nun nicht unbedingt die Eigenschaft der FDP, die haben sich nur angesteckt. Aber wir stimmen Ihnen da vollkommen zu, dass man das nicht übereinander... Ja, das ist nicht deckungsgleich. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber Toleranz und jetzt in der heutigen Zeit Toleranz auch den Menschen gegenüber, die sich nicht impfen lassen? Schwieriges Thema. Ich glaube, dass wenn wir eine Impfpflicht hätten, würden wir holländische Verhältnisse bekommen. Ich glaube, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, da sind bestimmt Leute, die das besser wissen. Aber ich glaube, dass viele, die da demonstrieren und Autoreifen anzünden und damals in Hamburg G20, das waren nicht Leute, die dagegen waren. Da waren viele dabei, die einfach gesagt haben, mir passt alles nicht. Das waren einfach Leute, die wollten Radau machen. Dinge. Was gibt es für einen Grund, dass wenn du gegen eine Impfpflicht bist, dass du Fahrräder anzündest? Ich bitte sie. Das ist lächerlich. Das sind Leute, da sind viele Elemente dabei, die einfach mit dem Gesamtstaat unzufrieden sind. Und deswegen würde ich die Impfpflicht das nochmal verstärken. Aber ich bin kein Meinungsforscher oder Politiker. Ich denke mir das, ich weiß es nicht. Ich finde, was Bremen gemacht hat mit den Trucks, die da in die Viertel gefahren sind, wo halt sehr viele Ausländer leben. Und da haben die eine Impfquote von fast, Sie wissen es sicher, fast 90 Prozent. Und das fehlt bei uns, denn ich weiß, dass in Hamburg musst du halt ins Impfzentrum gehen und da stehst du dann, ich stand da fast 40 Minuten an. Oder noch länger, glaube ich. Und da waren ältere Menschen dabei, die das nicht durchgestanden haben. Man muss halt zu den Leuten kommen, aber das kann ich nicht entscheiden. Da bin ich kein Spezialist. Ich darf da nicht meinen Maul so weit auffressen. Gibt es etwas in unserer Gesellschaft, in der Politik, was sie fundamental stört? Wir sprachen davor kurz auch über den Zustand unserer Autobahnen. Ich weiß, dass Sie sich darüber ärgern. Ich ärgere mich darüber auch. Was denken Sie darüber? Also ich habe gerade, jetzt werden wir politisch. Ja gut, wir machen noch ein... Jetzt verderbe ich mir alle meine Sympathien. Also die Bund, der hat mich angerufen und hat gesagt, wir möchten gerne, dass wir zum Abschied von Frau Merkel ein paar Leute interviewen. Sagen Sie doch was. Da habe ich gesagt, ja gerne, wenn Sie wollen. Ich habe dann was gesagt. Ich sage jetzt nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall hat mir die Bunde angerufen und gesagt, das drucken wir nicht. Also ich kann Ihnen sagen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Frau Merkel war eine christliche Frau. Vater ist Pfarrer gewesen. Also das erklärt schon ihre Humanität und ihr Wollen und Wünschen, dass alles schön ist. Aber sie hat halt verwaltet. Und ich finde, unser Land ist stehen geblieben. Wenn ich durch Hamburg fahre, fliege ich viermal aus dem Netz. Wir sind die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Wieso hat man da kein Netz? Wieso gibt es tote Punkte in ganz Deutschland, wo die Leute nicht telefonieren können und kein Internet haben? Ich war in Mauretanien, weil ich da ein Charity-Programm mache, weil die so arm sind. Da sammle ich sehr viel Geld. Da können Sie überall hinfahren. Ich glaube, das ist das vierärmste Land der Welt. Da hast du überall Netz. Also was ist los? Wenn ich durch den Elbtunnel fahre, fliege ich aus dem Radiosender raus. Finden Sie, Frau Merkel hat uns geschadet? Nein, das würde ich nicht sagen, dass sie uns geschadet hat. Aber Stillstand, es ist ja nicht sehr viel passiert, finde ich. Hat sie uns in einer schwierigen Zeit Sicherheit gegeben? Man müsste es halt vergleichen mit jemand anderes und das können wir nicht. Das geht nicht. 16 Jahre ist eine lange Zeit und ich maße mir auch nicht an, dass ich das irgendwie kritisieren kann, weil ich es vielleicht, man kann ja eigentlich nur etwas kritisieren, wo man meint, das könnte man besser denken. Das kann ich nicht, weil ich kann ja gar nicht da reinschauen in die ganzen Mechanismen der Politik. Aber Sie haben eine Lebenserfahrung und Ihre Meinung. Naja, das hilft aber nicht. Wissen Sie, die müssen ja an andere Sachen denken. Die können ja nicht sagen, wir machen den Kohleausstieg, weil die wissen ja dann, wie viele Leute ihre Arbeit verlieren. Wir denken nur an die Kohle, dass es stinkt, aber denken nicht an die vielen Menschen, die dann keine Arbeit mehr haben, nur jetzt die Zusammenhänge. Deswegen maße ich mir nicht ein, in die Entscheidungen von Politikern einzudringen und die zu kritisieren. Das kann ich nicht, warum es gewisse Vorgänge gibt in der Politik. Ich persönlich finde einfach, dass dieses Land stehen geblieben ist. Ob das jetzt die Schuld von Frau Merkel ist oder von Herrn Weißigmaß, ist egal. Die Autobahnen spielen da auch eine Rolle, weil die Baustellen über so viele Jahre die gleichen sind. Bei uns wird die Elbchaussee, das ist die Hauptstraße von Westen in die Mitte von Hamburg, renoviert. Vier Jahre lang. Hallo? Die Chinesen würden das in vier Monaten machen. Schauen Sie mal den Berliner Flughafen. Ich bin da zweimal angekommen. Ist mal jemand im Berliner Flughafen angekommen? Das ist unfassbar. Da gehen die Lifts nicht, da gehen die Fließbänder nicht, da kommt der Koffer nicht. Na gut. Die Züge kommen nicht pünktlich. Aber gut, das sind dann Themen, wollen wir nicht, aber mir war das wichtig, weil ich ja weiß, dass Sie über sowas auch nachdenken. Mal kurz diesen Einzigen noch. Sie wollten nur, dass Sie beliebt bleiben und ich gehe und unbeliebt. Nein, 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 nein. Nein, 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 Schiedsrichter sind nicht beliebt. Sie sind höchstens respektiert. Das ist der große Unterschied zu einem großen Schauspieler. Das stimmt. Aber wenn wir schon in den Fußball abtauchen. Wir finden Sie alle nett. Ja, ja. Auch wenn Sie uns die Geschichten nicht erzählen, die Sie erzählen wollen. Nein, nein, ich erzähle die Geschichten. Ja, an dieser Stelle sicher nicht. Aber Sie könnten noch eine Geschichte erzählen, wieso der FC Bayern Ihr Lieblingsverein ist. Ich habe damals, da war ich noch sehr viel jünger und da waren noch, da spielten noch Paul Breitner, Sepp Mayer, Katsche Schwarzenbeck. Ja, und da hatte ich eine Interviewreihe für Hertie und habe die alle kennengelernt. Hoeneß und so weiter. Und mochte die. Das war eine ganz andere Zeit, Fußballzeit. Die waren alle, die fuhren keine, die teuersten Autos. Egal. Und wenn man mal ein Fan ist, ist man halt immer ein Fan. Auch heute noch FC Bayern. Ja, und ich bin leider kein HSV-Fan. Das schadet mir sehr in Hamburg. Ich bin Bremen-Fan. Ja, das dürfen Sie nicht sagen. Und die Hamburger sagen immer, wir sind das Tor zur Welt. Darauf sind Sie, sagt die Bremer, und wir haben den Schlüssel. Kannten Sie das nicht? Das ist so diese, wenn die gegeneinander spielen, das ist immer das. Oder St. Pauli-HSV ist auch toll. Ja, das Derby ist etwas ganz Besonderes. Ganz Besonderes. Da haben Sie recht. Ganz Besonderes nicht? Davon kann ich ein Lied singen. Ja, ganz toll. Ja, wunderbar. Ja, Herr Dumont, das hat riesen Spaß gemacht mit Ihnen. Es gäbe so viele, viele schöne Themen. Wir haben hier so einen kleinen Brauch in den letzten Jahren entwickelt. Der heißt entweder oder. Ich stelle Ihnen zwei Themen zur Verfügung und Sie entscheiden sich für eines. Ganz easy. Es sind nur ein paar kleine Bemerkungen. Und Sie entscheiden sich für die, die Sie präferieren an der Stelle. Ohne Begründung. Ein Nachsatz ist nicht erlaubt. Ja oder nein. Oder links oder rechts. Oder das oder das. Ledig oder verheiratet? Verheiratet. Trump oder Putin? Trump oder Putin? Keiner. Verena Poth oder Sylvie Mais? Oh mein Gott. Da nehme ich Putin. Den finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Lindner oder Kubicki? Lindner, wenn. Ja? Ja. Kubicki auf keinen Fall? Nein. Und zum Abschluss Geld oder Liebe? Liebe. Wow. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr, dass keiner gegangen ist. Sie können sich an der Kasse das Geld abholen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Eine große Freude. Ehre würden Sie gar nicht hören wollen. Richtig. Ich sage es trotzdem. Sie waren ein Lieblings oder sind ein Lieblingskandidat für meine Veranstaltung hier immer gewesen. Und dass das funktioniert hat, das ist mir sehr viel wert. Und ich glaube, die Menschen in der Eifel schätzen sehr, dass sie den Weg, den langen, langen Weg mit dem Auto heute Morgen von Hamburg bis hier vor das Eifelbräu gefahren sind. Ich hoffe, Sie behalten uns in guter Erinnerung und sagen, der Weg war nicht umsonst. Für uns war dieser Abend ein... Umsonst war schon, aber... Sollen wir an der Stelle wirklich über Details sprechen? Nein, das werden wir nicht tun. Herzlichen Dank, Skyde Moor in jedem Fall. Wunderbar. Vielen Dank. Aber ich muss Ihnen wirklich sagen, und das sage ich sonst nicht, was ist so ein Gespräch ohne einem Publikum, das mitlacht und klatscht und auch manchmal die Mundwinkel nach unten zieht? Und das ist live und das hat riesen Spaß gemacht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und vor allem auch mitgemacht haben. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen allen. Zum Abschluss wie immer wissen Sie, das wissen Sie schon, der nächste Gast. Wir werden ein wenig Pause machen müssen an dieser Stelle. Der nächste Gast kommt am 31. März 2022 und es wird ein ZDF-Fußballkommentator sein und zwar Bela Rethi. Ah. Und dann wissen Sie, was auf uns zukommt, dann geht es ans Eingemachte. Ein Mann, der um die ganze Welt gereist ist, die großen Spiele unserer deutschen Nationalmannschaft kommentiert hat. Ich erinnere mich noch an das Golden Goal von Oliver Bierhoff damals, als wir Europameister wurden. Da gehen wir mal einmal, ich habe es jetzt lange vermieden, zehn Jahre lang nicht gemacht, einmal richtig in die Details des Fußballs. Da komme ich. Sie kommen? Wenn Sie daran Spaß haben, wir sehen uns. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank.